Don't wait, sorry Schon wieder dieses Kack-In Gib's ihm 41, alter, das muss Alter, das ist ja niemand Mann, das ist ja ein bisschen mehr Warum hast du mir ins Gesicht geschossen? Weiß ich, war ein Unfall Was habt ihr getan? Geiler Revolver Gib her damit Ich liebe Revos Fuck you Haia Und Haia Und Haia Ha ha Ich habe auf jeden Fall seine Beleuchtung zerlegt Der Mechaniker wird ihn hassen Wyatt Wyatt talked words at me, man I don't see anything Are you sure? Those guys wouldn't just give up I don't see anything Könnte ein Stück vom Motor getroffen haben Ich bezweifelt es Ich glaube nicht, dass Ich weiß nicht Kann so eine So ein Revolver durch eine Karosserie gehen? Ich weiß nicht Ich bin kein Waffenexperte Muss ich mal Milky fragen Der weiß das bestimmt Ja, du genauso wenig Direkt jetzt gerade Ach Wyatt wird das ausgesprochen Ja, das hat auf jeden Fall geholfen Ow Look, Wyatt All I know is Those guys had me all Jacked up Like I was on speed Or something I was just on edge You know Then I was like Watching that guy's brains Come out of the back of his head Ew Sorry, man I Well Thanks for getting us out Das ist überhaupt nicht spooky Kein bisschen Ich hau ja auf die Wange Ja Ja You Think we're in the clear? Be clear Don't talk about your dick Why not? Alright Let's Tom Cruise Out of here Really? See if there's still any sticky In the glove box Okay I don't see anything Dude, it's in there Look harder I don't see it What I do see Is that ammo That you lost last week Oh my god Really? But is there any weed? Ich glaube nicht, dass das Ja Abigail You remember her And she told me that When she was five I think Her dad took her to the circus side trip They walked around for a while Saw the chick with two heads Saw a dude with lobster hands Some kind of monkey Think loading the gun Is probably more important Right this second Thanks Okay Weird but Okay Shit Sehr schön Random Walker Appeared Nee, das war ein Walker Das war ein Walker Du bist ziemlich heil Mein Freund Werde mal ein Gewissen In diesem DLC hat das Bislang kaum einer Man, don't roll it down broken I can't see through the cracks Look, it's fine, see Dude, what's that on the broken side mirror Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark Yeah Damn You think that blood on the windshield is fresh? Or rotten It's part of a shirt, I think Yeah, but plenty of dead guys have shirts on Keep looking What's that way out in the road? Stop messing around We need to know what's going on, okay? That's not gonna help Okay, okay Jeez Man, I'm really not seeing anything Is that the mirror from the car? Can't tell from here Dann geh raus und geh gucken Man, don't look at yourself This is serious I wasn't Whatever, man Keep looking Look Wyatt It was a guy Are you sure? Kommst du denn jetzt drauf? How sure? Pretty fucking sure Don't fuck with tiny Carlos, sure Jesus So what do we do? What do you mean what do we do? We go out there Go out there and what? Find the guy and help him Who the hell are you tonight? If it's a guy It's a guy I saw him Wenn du ihn gesehen hast Warum soll ich rausgehen? Bist du bescheuert? Come on, man This is stupid We go out there We check it out We get moving Fine I'll go Give me the gun Dude, I'm the one who got us into this I'm the one who hit him Should be me going Then why did you ask Which one of us should go? Oh, sorry Next time I get into this exact crazy fucking situation I'll figure out how I feel before I talk Nehmt euch ein Zimmer Okay Well Shit, okay Here, we'll rock, paper, scissors for it Komm Cool sein Fine Okay, cool, good This is good We need to hurry up You ready? Man, I can leave I'm doing this shit Dude Two seconds It's over Alright, two out of three, right? Sure One Two Three Go Ha ha Shit Alright, alright Okay Alright One Two Three Go Shit Paper 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 Never wins Dude Paper Is the Martin Scorsese of hand gestures Alright Dude This is it Shit One Two Three Go Ernsthaft Du machst Drei Mal Schere Das war ein Achievement Jetzt muss ich das nochmal machen Okay, sorry Scheiße, jetzt muss ich das nochmal machen So eine Scheiße In The Walking Dead hier alle Achievements zu kriegen ist so super easy Und ich verkack das einzige was halbwegs sogar was brauche Oh man So eine Scheiße Kurze Frage, kann ich das? Ach schade Mano Alter, das ist mega creepy Aber die Musik klingt unglaublich geil dazu Ist das eine Brotdose? Ne, ein Rucksack Ja Nö Nebel Viel Nebel Uh oh Alter, das ist unheimlich creepy hier Eindeutig Blut Holy shit That's a fuck ton of blood Man, I wish I was high right now Oh mein Gott Hey man You okay Fella You need to answer me man If you're a dude I don't want to shoot you Bewegt der sich noch? Walker, Walker, Walker Ne, doch nicht Ein Polizist Ein Polizist Ihr habt einen Polizisten umgebrettert Fick dich Ich hab zu tun Der wird zum Walker Wenn wir den mitnehmen Der geht drauf Der wurde voll übergebrettert Das wäre ein Todesurteil Wenn wir den mitnehmen Die Musik wird dramatisch Bitte lass mich laufen Oh, hallo Ich seh dich da hinten Na, was geht? Ich kann nix sehen Skateman Oder Frau Yo Have a nice day Wo Da wackelt einer rum Da nichts Okay Da wackelt auch noch was rum Gute Nacht Ähm Gute Nacht Ist hier noch irgendwo? Bam Ich glaub Oh nein Oh nein Nicht gut Und jetzt haben wir noch den letzten Bins Binsy Dammit I told you I already told you It wasn't me, man Man, come on I told you like Like 20 times I don't even I don't even know you're wrong Das scheint noch vor dem Ausbruch zu sein Es ist nie eine gute Idee Indizien loszuwerden Dadurch finden sie dich immer Es war offenbar scheiß Egal Tag 2 Alter Da ging's ja gerade erst los What the hell, man? Alter, ich fühl mich wie das Wurstchen im Hotdog It's too hot for this shit Vince, I'm making him hot now Yeah, Danny, you're making me hot Oh, shit Come on, Vince Hey, man How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole Hey, Justin See that guy in the beat-up truck? I bet he lives in that truck now You probably got his whole house Life savings Shit I bet you stole this dog You stole his dog, man I wasn't stealing from guys like that Anyway Bleh Bleu dache to her Hey How many times I gotta tell you? Here we go Seriously, I was falsely accused How old was she? 15? Dammit, it ain't like that You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm shocked We're all in the street What's going on arguing? The point is I'm not like that My lawyer's gonna be hearing about this I'm afraid to say it I'm really missing my girlfriend right now I'm guessing she's pretty pissed at you It's worse than that, man She won't talk to me I haven't heard her voice in months Really messing with me, like for real Ja, doch, das macht er dann fertig I want to, but you know I love her, man You should call her when we get there You gotta face that shit No, you're right, man First call I get Danny, I know you don't realize this, because you're you But you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit Big talk from white collar back there How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here I'm getting dehydrated Hey, how about some water back here? Shut up back there I thought you took the stand and cried your eyes out I'm telling you again Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied Turns out I'm good at that You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do Religious? Nah, man Watch a lot of cop shows? Nope What then? It just ain't right You should have been a man about it I can't believe I'm getting my moralistic shit kicked in by a couple of criminals You wanna know the funny thing? I don't regret any of it I carried my victims for years They knew what they were getting into And now here I am And there they are And Wall Street assholes pulling the same scores Are smiling on TV Fuck that Du bist pissig, mein Freund How did it all work anyway? It was like a Pyramidschema Aren't those kind of Shit? How did you live with yourself? Easy I didn't think about it Wenn du an dich denken kannst, ist das offenbar leicht Enough So like A couple hundred K? A little over a hundred Million God damn, boy Ho ho When we get out of here You, me and Vince We gotta go into business Know what I'm saying? You know I don't actually know a thing about you, Vince Maybe he's a priest Yeah, Father Vincent I bet he touched a kid Two kids You touch a couple kids, Vince? I helped my little brother They send you to prison for that now? He was in trouble I had to help him out I knew it was something stupid You regret it, man? If you're saying what I think you are I got respect for you, man Every day But what are you gonna do? Yeah, I feel you How'd they get you? Cops caught up to me before I ditched the gun You gotta be kidding me Man, you're bad luck, Vince Bad luck, Vince That's not bad What do you think, Justin? What the fuck are you gonna do about it? Fuck you Fuck me Fuck you, motherfucker Oh, shit Oh, man Yeah, super idea Hey, get in there, man Sit down, God damn it Hey, let him go, man Damn it, Crabtree Don't mind me come back there, man He's not killing it, Vince Let the guard handle it, guys Fuck that We gotta get in there You do not want to get in the middle of that shit, Danny Vince We gotta do something You know, this ain't right I'm not doing any more time To save some stupid asshole Where's your empathy, man? Help him, Danny What's that? Speak up, boy Zwar keine Ahnung, wie du das machen willst, aber Krabbenbaum Alter Mach was, du Lappen Do something Bist du eigentlich bescheuert? Bist du eigentlich bescheuert? What did you do, boy? God damn it, boy Answer me back there That guy's still alive Get those cuffs off him, man Alter, krieg etwas geschissen, Donut-Fresser What the hell was that? He-He made a move on me I-I-I don't know He made a move? Or you don't know Which one? This is crazy Nobody had to die This is what happens When you give guns to assholes He's, uh... Fucking fuck You gotta call someone, man What? I'm calling this in Don't Don't call it in yet Just Just wait, okay? Just give me a damn minute You might still be alive Call a damn ambulance, man I just need a minute I need a minute to think You ain't got a minute Shut up, you hear me? Just shut your mouth Willst du noch jemanden umbringen? Du Lappen Okay, okay, calm down Take it easy I'll calm down when you quit running your fucking mouth Everything's cool Just Take a breath, okay? Quit waving that thing around before you get someone else killed Oh, you gonna get smart with me now? Vince It's okay Na los Fühlt sich jetzt toll, weil du Eier hast, oder wat? You really want to pull that trigger again, son? Richtig Thanks, man Waffen geben dir keine Eier, mein Freund Oh Ja, bis auf der Das war so klar, dass das passieren musste Oh mein Gott Hey 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 You need to call someone You hear me? We need to Did he just fail on us? Oh, Jesus Oh, Scheiße Ich bin mir da nicht so sicher Irgendwas Muss auf dem Boden irgendwo sein Ja, mich auch Ich mach mit Ah, cool Ja, ist ja gut Superautomatische Shotgun Hadouken Hadouken Zielbesser Alter Er muss die Schlüssel haben Na super Vorne Und der vorne hat auch mal andere Probleme Diese Trikots Ist das die Truppe von Ben Ist das die Truppe von Ben? Well Okay, Plan B Ach, Shit Wir brauchen Plan XY Epsilon Shoot off the chains No way Wouldn't cut through What about the cup? If we show one of those off The chain will slip right out Are you fucking insane? What do you think is gonna happen If you fire a shotgun That close to someone's Well, what do you think is gonna happen If we don't get the fuck out of here Vince, give me the gun We gotta do this Back off Vince, what the fuck Ähm Ich weiß Moment Bestens zeigt der andere Reue, mein Freund Das wird wehtun Das wird noch mal Nicht mehr wehtun Das wächst nach Die letzte war echt verdammt kurz Tag 400 Tag 400 We were right There are survivors out here Still alive? They're gonna be happy to get rescued So how many are we talking about? Around 5 I think They left a note So at least we know They want to be found And I can see smoke in the distance Probably a camp I'm gonna try to make contact tonight Great Well, just be careful And use your best judgment We're building a good community here We want to keep it that way Of course Frank Frank Ja Du hast schon wieder so viel Fleisch gegessen Stimmt gar nicht Das Auto ist bestimmt nicht aufgefallen Die sind jetzt zu einer Gruppe geworden? You got it Hey Don't you Don't fucking move Who the fuck are you? My name is Tavia How did you find us? Die sind eine eigene Gruppe geworden Die sind echt We scout for a growing settlement up north We go out and look for survivors To rescue them We have food Clean water And shelter for everyone We're offering you a chance To help us out And start over God, this sounds too good To be true But I think it is Bonnie, get real Just because she says It's true Doesn't mean it is You should know about that Hey What I told Layla Cool it Guys Look If I learned one thing from Danny It's that we have to stick together And protect ourselves What? That guy was an asshole You should be happy He got killed before Shell and Becca joined us Why? Don't worry about it Don't worry about it Don't worry about it Don't worry about it We don't know what kind of people We're dealing with The only reason I'm with you guys Is because Vince saved my life Look We need people Plain and simple You folks can decide If you want to come as a group Or split up Or whatever But I don't want to be out here In the open after dark So in a few minutes I'm going to be getting back In my car and on my way Hopefully at least Some of you will follow me Well I'm going Maybe we should go too sis If Roman is still looking for us He wouldn't be able to do anything To us there There's no way that guy Is still looking for you We've been to that truck stop There's no one left Roman's not a problem It's following her That'll get you killed Look I know it's a risk But what else is there? If you guys are going Then so are we I don't like this guys We should just walk away I don't trust her Of course you don't wrestle You don't trust anyone I'm not lying to you How do we know that? You don't You don't have to come But we'd be happy to have you Oh come on guys I mean we left those photos So that someone could find us Didn't we? Well it could be a trap What if they want to kill us? Thank you Everyone out there Is batshit crazy We've all seen it Well we turned out Alright didn't we? Relatively speaking You clearly outnumbered me If you wanted to overpower me You could Hell I'll even go along As your hostage Until you feel safe No one is gonna hurt you That's not a bad idea actually And I'll do it Because I know When you guys see this place You'll change your minds Look I know you guys are wary And you have every right to be You don't know me from a hole in the ground Aber ihr seid hier im Offenen Nur mal so You can come with me Or you can stay here The choice is yours So Who wants to come with me? Nah Ich hab Pfannkuchen Sorry Gruppenzwang I'm I'm just not sure We've been out here for so long And seen so much bullshit But is it really worth Getting our hopes up? Of course it is Russell Hope is all we've got left But being smart That's what's keeping us alive It's a safe place for everyone Criminal activity isn't tolerated Within our walls Period You don't have to worry about bandits Or walkers Or anyone else We look out for each other We understand I think we've all made up our minds Well I guess we have our group What do you want to do with these? This is a good thing I know it is Vince guckt trotzdem noch so ein bisschen nach dem Motto Ich weiß ja nicht Sie haben Pfannkuchen Ich gebe dir meine Worte Ja und das war The Walking Dead 400 Days Ja das ging doch Letzten Ende schneller als Ja als ich dachte Anderthalb Stunden hat das Ganze jetzt Für mich gedauert Und Du bist im Auto geblieben Hast du im Bus Das Das DLC haben offenbar sehr wenige gespielt Weil diese Die ganzen Ergebnisse sind sehr sehr gerade Beziehungsweise alle sind eigentlich gerade Ich kann mir kaum vorstellen Dass da irgendwas Das kann nicht viel sein Was da ist Ähm Was sie Achso warte mal Ah ja okay Danny oder Justin Wessen Fuß hast du abgeschossen? Ja ich glaube da waren irgendwo alle Weil Irgendwie Ja Justin Der hat wenigstens Reue gezeigt Der wollte helfen Der war eigentlich ein Guter Ich weiß auch nicht Bleiben oder gehen Bleiben 50-50 Auch eine super Idee Was ist da an meinem Fuß? Keine Ahnung Ähm Ist gegangen oder geblieben? Alter Alter Das ist richtig so Das sind nicht angelogen Alter die haben alle ihn angelogen fast Was zur Hölle? Oh Mann oh Mann Ach warte man Kriegt das hin Man kriegt das hin Das alle Warte mal Man kann das alle mitgehen What the fuck Ja auf jeden Fall Das war es jetzt wirklich Komplett von The Walking Dead Und ähm Ich muss sagen Mir persönlich hat das Wirklich sehr viel Spaß gemacht Also ich Ich mag das ja Ehrlich gesagt Äh Mal so ein Projekt zu haben Wo ich einfach mal Mich in den Charakter Versetzen kann Wenig So Wie Wie diese schwebende Person Quasi Das Spielgeschehen Kommentiert Sondern wirklich Eher aus der Sicht des Ganzen Mehr als so Mehr als ein Gedankengang Kommentieren kann Ich mag sowas Eigentlich unglaublich gerne Und äh Ich sag mal Wenn ich jetzt von den Zahlen gehe Ich gehe eigentlich Unglaublich ungern Nach Zahlen Mittlerweile Ähm Der Hype war nicht so Krass Muss ich sagen Was Walking Dead Anging Aber es wurde trotzdem Sehr gut von euch angenommen Und da bin ich auch Verdammt froh drüber Das Es waren überwiegend Die Kommentare da Die mich wirklich Sehr sehr Erfreut haben Weil ähm Viele haben geschrieben Wirklich Dass sie es Gemocht haben Wie ehrlich ich mit denen Äh Wie ehrlich ich Äh Gewesen bin Und versucht habe Möglichst wenig zu lügen Das liegt zum Teil auch daran Weil ich mich wirklich In die Person Hinein versetzen möchte Und überlegen möchte So was Müsste jetzt Was würde ich jetzt tun Und ich bin jemand Ich möchte dass man Mir vertrauen kann Damit ich auch möglichst Den vertrauen kann Und somit möchte ich eigentlich Wenn möglich Niemanden anlügen Einfach weil Wenn du jemanden belügst Geht deren Vertrauen flöten Und Vertrauen ist Wie ich finde In so einer Situation Das wichtigste Sonst Sieht man ja Es eskaliert einfach Und dann Explodieren sie Ey guck mal Da ist Frank Und Frank Und Frank Und Frank Und ganz hin war noch Frank Falls ihr ihn gesehen habt Auf jeden Fall Das war The Walking Dead Ich hoffe es hat euch Sehr viel gefallen Ja im korrekten Deutsch sogar Nochmal Solltet ihr Interesse an mehr haben Solltet ihr Interesse an Streams haben Solltet ihr Interesse an Twitter haben Solltet ihr Interesse an mir haben Findet ihr alles dazu Unten in der Beschreibung Hinterlasst möglichst einen Kommentar Damit ich möglichst eure Meinung einholen kann Was ihr zu meinen Videos allgemein haltet Weil Feedback ist das beste Feedback ohne Füße Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis zum nächsten Mal See you later Ciao Leute Bye Bye Vielen Dank.